Die Meereströmungen sind wichtige Mechanismen des Energietransports auf der Erde. Wir alle wissen zum Beispiel von dem Transport karibischen Warmwassers nach Westeuropa mit dem Golfstrom. Doch was treibt die Meereströmungen an und was sorgt für die Verteilung und für den Transport unterschiedlicher Wassermassen auf der Erde. Eine wichtige Rolle dabei spielt die sogenannte Thermohaline Zirkulation. Das heißt, der von Wassertemperatur und Salzgehalt angetriebene Kreislauf des Wassers. Ernest Tahr hat hierzu ein eindrucksvolles Video auf YouTube zur Verfügung gestellt, das im Folgenden gezeigt wird. Die Meereströmung ist nicht so weit, so es ist alle gleiche Temperatur. Aber wir werden diese Seite der Tank representiert die Äquator und die andere Seite der Tank representiert die Polar Ice Caps. Nord oder South, es geht nicht. So, was ich werde jetzt machen, ist, ich werde jetzt ein Dye, ein Red Dye, und place es in der Wasser, so wir können verstehen, dass es nicht wirklich viel zu tun ist. Of course, die Dye sinkt zu den Boden der Tank, weil es etwas denser ist, denn die Unterhaltung des Wassers. Aber für die meisten, wir können sehen, dass es nicht wirklich moving all that much ist. Ich nehme eine Heatsource, die die Heatsource zu representieren, die Heats der Sun, als es Heats up die Wasser, neben der Equator. Ich nehme nur einen Boden, die Wasser, in der Tank, so dass wir die Heatsource auf die Wasser in der Tank sehen können. So, ich werde es jetzt einfach so sehen. Und es wird ein bisschen Foggy hier, so ich werde den Fog ein bisschen sehen. Aber was wir werden, ist, wir werden die So you can see and you can see right here that there is some motion occurring as the water heats up, it becomes less dense than the surrounding water. And so you can start to see that the dye is now being pushed up is because floating towards the top. Now it's not just the dye itself, it is the it is actually being carried by the water. And so as the water heats up, the surrounding water, which is less dense, which I'm sorry, there's just more dense than it starts to push it up. Now, of course, water can't just rise up by itself, the surrounding water actually gets pulled in behind it, which therefore pulls in more of the dye. And so you can see it just rises all the way up to the top of the surface. So we would consider that the ocean surface. Now it won't just keep on rising, you can't rise past the surface. So what it's going to do is start to move away from the heat source in whatever direction it wants, which is why you see it floating along the surface away from the equator to what would be the most obvious place, which is the polar ice cap. So we're going to use a block of ice to represent the polar ice caps. It's really cold over there. And you could probably predict what's going to happen to this water as it reaches the polar ice caps and gets cold again. But I'm going to use some blue dye to represent that colder water. You'll start to see that colder water, which is denser, start to sink. But there's something else going on here. This is ocean water after all. And so it's salt water. And so some of the water there begins to freeze, but the salt can't freeze. And so the salt gets left behind in the surrounding water, making it actually saltier, thereby making the water even denser. So we've got two factors going on here. The coldness of the water and the saltiness of the water makes this water sink fairly quickly. And you can see it sinks all the way to the bottom until it reaches the bottom of the tank, which I guess we can consider the ocean floor. And because you can't make a pile of cold water, it just travels along the floor away from that source of sinking water. And of course, where's it going to go? Toward the equator. So again, that is that colder, saltier water heading away from the poles back to the equator. You can see that as it reaches the equator, it's starting to warm up a little bit. So you're going to start to see, there it goes, the colder water start to rise because it's no longer the cold water. Remember, that's just, the color doesn't really make a difference. It's just tracking the movement of the water itself. I'll just put a little more dye in here to show you what's happening. Again, that sank really fast because the water is so cold on that side of the tank. And you can see how it just sort of gets carried over to the equator side, the warmer side, again, because all that cold water is just piling up and pushing along the ocean floor where it rises, comes across on the surface, reaches the cold poles, and then sinks back down again. So it kind of travels in this circuit. Now, the scientific name for this circuit is called the thermohaline current. Thermo, meaning temperature, because it has to do with the hotness and the coldness, and haline, related to saline, which means the saltiness of it, because remember, the polar ice caps end up making that water saltier. So it's this colder, saltier water traveling along the ocean floor, which gets warmed up, and then rises to the surface, where the warmer water travels along the surface toward the poles. So it's this constant turning around, but we give it a cute nickname. We call it the global conveyor belt. Natürlich vereinfacht das Aquarium-Modell die thermohaline Zirkulation sehr stark. Beispielsweise ist die Wärmequelle am Äquator eher an der Oberfläche des Meeres. Doch dies ändert nichts an der grundsätzlichen Gültigkeit des Modells. Die thermohaline Zirkulation ist für die Muster der Meereströmungen maßgeblich verantwortlich. Nicht nur am Golfstrom, sondern weltweit durchzieht ein System von korrespondierenden warmen Meereströmungen an der Oberfläche und kalten Strömungen in der Tiefe die Meere, wie in dieser Abbildung dargestellt. An nur wenigen Schlüsselstellen entsteht durch das Schmelzen von Polareis kaltes, salzhaltiges, dichtes Tiefenwasser, wie zum Beispiel zwischen Labrador und Grönland. Süßwasser hat einen höheren Gefrierpunkt als Salzwasser. Schmelzendes Süßwasser aus den Gletschern Grönlands könnte daher den Salzgehalt des Wassers so weit absenken, dass kein kaltes Tiefenwasser mehr entsteht oder an der Oberfläche wieder geschriert, ohne in die Tiefe abzusinken. Viele Wissenschaftler glauben, dass wenn dies zum Beispiel durch den Klimawandel geschieht, kein warmes Oberflächenwasser mehr nachgeführt wird. Zum Beispiel von der Karibik und in kurzer Zeit Westeuropa durch einen abgeschwächten oder ausbleibenden Golfstrom kälter und trockener wird. Derartige Ereignisse sind in der ausgehenden letzten Eiszeit dokumentiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017